So, hier haben wir echte Ur-Bayern. Wie heißt denn du? Ich bin der Markus. Markus, wo kommst du denn her? Aus dem Osten. Du bist ein Ossi. Genau. Ein Ossi. Er gibt sich aber als Bayern. Freilich. Der hat noch die Taucherbrille an, der ist über die Spree hierher getaucht. Richtig, genau. Weihnacht und Nebel. Markus, wo kommst du denn? Aus München, Bayern? Erzgebirge. Erzgebirge. Also Ostnebel. Und was für Funktionen hast du bei Eiszeit? Die Gitarre spiele ich bei Eiszeit. Wunderbar. Klasse Outfit natürlich, ja. Da können wir mit uns so eine tabbige Küche. Ja, genau. Aber das habe ich nicht geeignet. Du singst aber auch mit natürlich, gell? Ja, bekannt, ja. Okay, sing uns mal irgendwas auf Beurisch. Auf, singen wir los. Nein, nein, das kann ich nicht. Tut mir leid, echt. Eieieiei. Ossi, Bayern, der nicht singen kann. So etwas haben wir auch noch nicht gehabt. Der hat das mit ihm auch echt. Markus, ganz kurz. Wir leben von der Grußbox. Das heißt, du darfst Leute grüßen. Grüß einfach los, wenn du willst. Alle Beckerhofel, alle Permasenser, alle Bayern. Alle Bayern und alle Ossis grüß ich. Und woher seid ihr ja schön ausgefiffen worden, gell? Bitte? Woher seid ihr schön ausgepfiffen worden? Ja, bitte? Woher seid ihr ausgepfiffen worden, wo ihr die Bayern erwähnt habt? Keine Ahnung, weil die ja anderen Fußballklubs stehen sicherlich. Ja, FCK steht nicht so gut wie die Bayern. FCK forever. Okay, Markus, ihr geht noch richtig Vollgas hier heute an, auf dem Weg hoch. Auf jeden Fall, ja. Und lasst die Sau raus. Dankeschön. Ja. 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 Ja.